Google Mail. Eine Mail an mehrere Personen schicken. Mein Name ist Piermilener. Ich gehe hier auf Mail schreiben. Es erscheint hier unten ein Mail-Fenster. Hier die Adresszeile an. Das Mail soll gehen an... Kaum habe ich Pi geschrieben, wird hier schon ein Name vorgeschlagen. Piermilener Interweb Design. Perfekt. Ich klicke hier auf die Adresse. Und kann nun eine weitere Adresse einfügen. Ich schreibe wieder Pi oder dann noch Ko. Denn ich habe noch Cornelia im Sinn einzuladen. Jetzt habe ich schon zwei. Ich schreibe nochmals ein Buchstabe. Alle Adressen, die ich einmal verwendet habe, erscheinen hier. Also noch Pi und Ko. So, jetzt habe ich hier ein paar Adressen drin. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Beim Betreff klicke ich rein. Und schreibe Nachtessen. Einladung. Und hier, meine Nachricht, kommt ihr auch auf 18 Uhr zu uns. Gruss. Gruss. Firmin. Und Sie sehen, wenn man einen Fehler macht, das ist nicht so tragisch. Hauptsache schnell und kurz. Senden. Und diese beiden erhalten beide eine Mail. Das war's. Das war's. Ich bin. Und hier. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020